Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh nein, Pikachu! Er hat das Sonderbombom mit dem Papier gefressen! Ich sah mich schon immer als das gut ausgebildete Vieh. Ich wusste, was ich tat. Ich hatte es unter Kontrolle. Gut, lass mich dir noch sagen, dass dieses Sonderbombom zu viel es konnten war. Pikachu, warum hast du dich weiterentwickelt? Bereitsche! Ihr wollt auch so einen Sonderbombom? Dann abonniert diesen Kanal und Marce, das besorgt sie euch! Hey, was erzählst du da für ein Quatsch? Ich muss schnell weg! Nicht vergessen, abonnieren! Ja, mach, dass du wegkommst!